RTL Plus nimmt sie mit in die Kölner Sporthalle zum 37. Kölner Sechs-Tage-Rennen. Vom 27. Dezember bis zum 1. Januar berichten wir täglich, was sich auf der Holzbahn alles tut, wenn die Weltklassefahrer nach Punkten und Prämien jagen. Wir sind bei allen Starts für Sie mit dabei und zeigen Ihnen die schönsten Bilder vom Sechs-Tage-Rennen. Stellen natürlich auch die Sieger vor und berichten über alles, was rund um das Rennen geboten wird. Wir sind mit dabei, wenn das große Showprogramm für Unterhaltung und gute Laune sorgt. Kommen Sie mit uns in die Kölner Sporthalle, wo sich zum Jahresende alles ums Radfahren dreht. 27. Dezember bis 1. Januar das 37. Kölner Sechs-Tage-Rennen bei RTL Plus. 27. Dezember bis 1. Januar das 37. Kölner Sechs-Tage-Rennen bei RTL Plus. 28. Dezember bis 1. Januar das 37. Kölner Sechs-Tage-Rennen bei RTL Plus. 29. Dezember bis 1. Januar das 37. Kölner Sechs-Tage-Rennen bei RTL Plus. 29. Dezember bis 1. Januar das 37. Kölner Sechs-Tage-Rennen bei RTL Plus. 29. Dezember bis 1. Januar das 37. Kölner Sechs-Tage-Rennen bei RTL Plus. 30. Dezember bis 1. Januar das 37. Kölner Sechs-Tage-Rennen bei RTL Plus. Vielen Dank.